Ah! Wurde abgetroffen! So ein Zeug, der ist in der Kacke! Wo ist man so ein kleines Splitter abgetroffen? Das ist ja schon scheiße! Nächstes Mal wird ein anderes Fahrzeug gekauft. Ich komme zum Sturmfeuerzeit. Was für ein Festes? Ja, ein Sturmfeuerzeit. Ah ja! Ah ja! Oh, es soll sehr hoffen, ich werde es diesmal nicht getroffen! Endlich!